Begrüße das Gemüse, willkommen zu NHL 2020. Ja, wie ihr sehen könnt, wir spielen Meisterschaft und mit den Mosel Medical Graz 99ers. Ja, aktuell drei Spiele, drei Siege, acht Punkte, nein, neun Punkte. Oder acht, weiß ich, war ins Overtime. Ja, erstes Spiel, die 99ers in Real, ganz vorne dabei, drei Spiele, drei Siege und wir wollen das natürlich nachmachen. Das erste Spiel gegen Spusu Vienna Capitals. So, Einstellungen habe ich alle gemacht, damit das Spielerlebnis nicht zu schwierig wird. Ja, White King, sehen wir hier. So, Spiel starten. Jawohl. Und sie schaffen es nicht, die Original-Trikots hinzuarbeiten. Aber Hauptsache, ja genau, die Champions League-Trikots. Die sind original. Schade. Oder? Na, ist sogar. Ja, passt nicht ganz, aber da fehlen halt eben die Rechte noch. Aber wir spielen heim in Orange und es geht gegen die Vienna Capitals aus Wien. So, Länge, vier Minuten. Ja, hoffen wir, dass wir das erste Spiel nicht gleich verlieren. Ich glaube, vom Tatum muss ich auch noch ausmachen. Merkur-RF-Stadion. Das ist groß. Christopher Lee ist da. Man of the Match im letzten Spiel. So, bevor wir... Herstellungen... Kommentator... Audio... Visuell... Ja. Kommentator... Machen wir mal etwas leiser. Ganz auf stumm. So, los geht's. 99ers gegen die Capitals. Ok, warum spielt ihr jetzt in Schwarz? Keiner weiß es. Ok. Oha. So, King. Und... Er hat den Schussversuch. Er hat den Schussversuch. Und... Da steht es. 1 zu 0. Für die Vienna Capitals. Warum spielt er jetzt in Schwarz? Okay. Na ja. Ja. Ein Eiergoal. So. Holten. Jälehorn. 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 Mit dem Schuss. Und da steht es. 1 zu 2. Schnell Ausgleich. Der erste Tor in dieser Saison. Auf der Saison. Schöner Schuss. Schöner Stock. Ja. Oha. Oho. so aufgepasst so King wieder King oh kein Pass und nie stop mit der Parade Squires der Neue und Moderer Rückspiel Lindner Weihager Squires Moderer und Desse Woh Gilt Aaaaay Nein moisture Es Hilding So, Hilding, Modera am Tor vorbei. Und da gibt es schon die erste Strafe gegen die 99ers. Powerplay, Modera muss auf die Bank, und zwar wegen Beinstellen. Erstes Powerplay für die Capitals. So, King. Oh, wird ja. Ja, und Strafe gegen Wien. 4 zu 4. Holzapfel, und zwar wegen Haken. Okay. 4 zu 4. Letzte. Und da fällt einer hin. Oh. Harder Hit. Schöner Pass auf Johansson. Johansson. Uh. Tetzinger. So, noch 53 Sekunden. Tetzinger. Ecker. Uh. Wieder knapp am Tor. Und wieder knapp am Tor. Das gibt es doch nicht. Uh. Eine Chance. Jagd die andere. Und abseits. noch 20 Sekunden. Harte Checks hier. Und da gibt es die nächste Strafe. Beinstellen glaube ich wieder. Oder Stockschlag. Ja, nächstes Amadeus Ecker. Beinstellen. So, Modera. Nimmt Fahrt auf. Uh. Uh. So, wieder Modera. Wah. Uh. Uh. Um Tor vorbei. Uh. Nimm Stopp. Mit der Parade. Uh. Uh. Fehl Pass. Uh. 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 Und jetzt da, Ole Gsak. Uh. Versucht das wieder von alleine. Fahr von selber. Spannendes Spiel hier, schöner Jack, oh, wieder, und da steht es, 2 zu 1, Ali Vukovic, so, Ali Vukovic, so, Lindner, Lindner, Verteidigung der Wiener, immer wieder zur Stelle, Lindner, Lindner, und da ist es, und da ist es, und da ist es, Rask, 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 so, so, noch 3 Sekunden im ersten Drittel, und das war's, wir gehen mit einem Rückstand in die erste Drittelpause, Zapolski, so, Zapolski, so, Zapolski, ja, Schneller Start der Capitals, dann, ja, schnell Ausgleich, und dann wieder die erneute Führung, der Wiener, 2 zu 1, so, was haben wir da, so, Bullis, Schüsse, 12, 12, Bullis, Tore, so, auf geht's in Drittel Nummer 2, ein, so, Kauten, Jellohann, Jellohann, nu, geht alleine, wieder Jellohann, Jellohann, geht alleine, ich bin nicht dabei, nicht dabei, nur, weh, du bist, ich bin nicht dabei, ich bin dabei, du bist, ich bin dabei, Bilding Schwierig Die Wiener verteidigen das hier Ganz super Vorwart hält Und wieder Und Powerplay für die 99ers Sehr schön 99ers mit dem Powerplay Ja Von hinten Hacken Powerplay für die 99ers Das erste richtige Können wir es im Powerplay richten Und da ist es Tor Squieres Der neue Mann In seinem ersten Spiel Macht er den Ausgleich Zum 2 zu 2 Im Powerplay Schön gespielt Und alles wieder offen Hier schön Ja Da steht er frei Das Tor Die Ecke ist offen Und Drin ist er Schönes Tor Das kann sich sehen lassen Nein Wieder Fehlt Pass Nimmt man den Ball ab, hat den Ball, sag ich dem Puck. So, wie gesagt. Uh, wieder. Und da steht es 3 zu 2. Bekommen den Puck nicht weg und... Erneute Führung. Taylor Wause. Taylor Wause. Wause. Keine Ahnung. Bekommen den Puck nicht weg und... Steht es 3 zu 2. Teil ohne, ja, zu den Capitals gewechselt. Keine Ahnung, was man diesen Mann gehen lässt. Schönen Puck gewinnt, jetzt da. Hustlin. Hustlin. Schönen wir weg, bevor wir checken. Jaaa. King. Tor. Dwight King. Mit dem Ausgleich. 3 zu 3. 3 zu 3. Und jaaa, da fällt der Puck ins Tor. Keine Chance für den Torwart. King. Mit dem 3 zu 3. 2 zu 3. Ah. Nerven! Jellohan! 19-9ers. Scored by Man. Oohhhh. So, Jellohan! 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 Und er zum ersten Mal gegen die 19-9ers in Führung. 4 zu 3 Travis Olexak mit dem Tor Jellehorn mit dem Pass und Olexak am Netzstein schöner Pass und schönes Tor wow 4 zu 3 zum ersten Mal gegen die 99ers in Führung na abseits schade Hilding verliert den Punkt Ende des zweiten Drittels ein torreiches Drittel 4 zu 3 so nochmal Pass Jellehorn und Olexak Puh schönes Ding erstmalige Führung gleich 4 Tore gefallen Schüsse Wiener Capitals nur mit einem Schuss und der ging ins Tor ja kann sich sehen lassen auf ins letzte Drittel Schau hin mit dem Jellehorn die Menge laut die Fans und da steht es 4 zu 4 Wahnsinn 4 zu 3 4 zu 4 Entschuldigung 4 zu 4 4 zu 4 Nenestor der Capitals Sarking Sarking So, Modera, zu Squires, ah, da ist keiner, und Ball geht zu King, da steht es, 5 zu 4, Wiederführung Squires mit seinem zweiten Tor, Vorlage Dwight King, was für ein Spiel, was für ein Spiel, erneute Führung, 5 zu 4. Schön gemacht. Uh, nie Stopp mit der Parade, Overkopfler. Und da steht es, 6 zu 4. Daniel, Overkopfler. Zwei Tore Vorsprung, fährt er selber auch noch ins Tor ein. 6 zu 4. Was für ein Spiel. Oha. So, Gang jetzt. Und sieben zu vier. Oliver, Oliver Setzinger mit dem Tor, jetzt geht es dahin. Abpraller holt sich den Punkt noch einmal und er stellt 7 zu 4. Drei Tore Vorsprung. Und noch sieben Minuten, mehr als sieben Minuten auf der Uhr. Wieder schönen Puck geholt. Haslin. Oh. Die Darslin. Die Darslin. Vakarski. Oh, verliert er den Punkt. So, Oleg gesagt. Mit dem D-Gand verliert ihn. Oh. Nächste Chance. King versucht es. Und da steht es, 8 zu 4. Travis Alexa. Vor dem Tor wird um den Puck gekämpft. Und irgendwie schummelt sich der Puck ins Tor. Ah, hier King macht die Vorarbeit und Alexa haut ihn rein. 8 zu 4. Ja, das Spiel ist oerentschieden. 49 Sekunden noch. Alexa, gefällt noch ein Tor. Bisschen Hattrick. Uh-ha. so Hamilton Hamilton Huuu Verteidiger zieht das kommen geht sich hier noch ein Tor aus jawohl geht sich noch ein Tor aus 9 zu 4 Daniel Oberkofler mit seinem zweiten Tor Wahnsinn was hier abgeht das dritte Drittel für die 99ers Lange sah es so aus als könnte man hier nicht die Tor die Führung ausbauen aber dann gleich 5 Tore Wahnsinn Sieg für die 99ers im ersten Spiel und was für ein Sieg was für ein Spiel Wahnsinn sah zwei Drittel nicht danach aus sah zu Beginn des dritten Drittels auch nicht danach aus und dann plötzlich wie ausgewechselt ein Tor nach dem anderen die Capitals zwar noch leicht gefährlich aber können nicht mehr nachlegen dafür aber die 99ers drauflegen 9 zu 4 der erste Sieg in dieser Saison gegen die Vienna Capitals so Squires ein Stern alle Exakt zwei Sterne und White King drei Sterne ein Tor zwei es ist drei Checks kann sich sehen lassen Statistik Schüsse 35 zu 17 oder Jacks Vienna Capitals nur drei aber von den 99ers 33 ja bis Tuck Besitz 39 passen waren die die Vienna Capitals besser Bullis 13 zu 14 Strafminuten auf beiden Seiten gleich Powerplays jeder hat einen Powerplay gemacht Powerplay Minuten hatten wir nur 13 Sekunden weil da ja gleich das Tor gefallen ist so Schüsse 12 10 13 12 1 4 also man sieht die Vienna Capitals haben wir schon eigentlich im zweiten Drittel verloren sie haben sein Tor geschossen aber da haben wir drei Tore geschossen Puh und Bullis 4 5 5 7 3 3 Trainer Feedback A A A A plus B sehr schön kann sich sehen lassen ja erstes Spiel gewonnen drei Punkte sind im Sack neun Tore nur vier Gegentore Nils Torb danach ganz grandios lässt kein Tor mehr zu und ja Tabelle sieht folgendermaßen aus wir führen ja und das war es einmal von diesem Spiel hier unser Spitzenreiter drei Punkte Travis auch gesagt Squires oh Schussquote 100% wow auch Oberkopfler 100% Schussquote Wahnsinn hier zwei Schüsse zwei Tore mehr braucht man nicht ja King hat gleich sechs Mal drauf geschossen hat nur ein Tor gemacht Yellowhorn hat ein Tor gemacht ja das war es von dieser Partie nächste Partie auswärts gegen Snowmo und ja lasst ein Like da wenn euch das Video gefallen hat ein Abo nicht vergessen und wie immer Pussy aufs Bauch geht euer leichte nahto Kschiimin 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 Kschiimin